Hallo meine Lieben, wir zwei sind neu am Start, das hier ist Leila und ich bin Andrea und jetzt an diesen auch so kalten Wintertag, laden wir euch ein, kommt doch mit in die Stille, sie hat euch so viel zu erzählen, traut ihr euch hinzuhören, in der Stille findet man so viele Antworten, wenn man ganz in entspannen Zustand ist. Ja, Leila, wie ihr seht, ist schon ganz entspannt, die chillt auf ihren weichen Kissen. Leila hat heute ein Halstuch, sie ist kein Accessoirehund, Leila hat leider eine Verletzung, Leila ist schon eine Umi, sprich, sie ist schon 15 Jahre und seit 14,5 Jahren an meiner Seite. Leila kommt aus Ungarn, ein nicht so schönes Thema, aus einer Tötungsstation, aber das ist lange vorbei und sie ist hier bei mir komplett sicher und geboren, genau wie du. Ja, du bist auch sicher und geboren. Ja, du kannst uns vertrauen, Leila und mir. Lass dich fallen, lass los, entspann dich. Wir zwei kümmern uns um dich. Wir haben dir auch was mitgetragen, was mitgetragen. Und zwar einen Glücksstein. Willst du ihn sehen? Ich zeige ihn dir und Leila natürlich auch. Gefällt dir? Gefällt dir? Wunderschön. Hier kannst du ihn noch besser sehen im Licht. Und er macht auch ganz schön, kleine Geräusche. Es ist ein Achat. Dieser Achat wurde vor einem großen, Goldfund gefunden. Es war sozusagen der Vorstein. Und deswegen zählt er als absoluten Glückstein, der dir die Entspannung vom Geräusche bringen soll und ganz viel Glück im Leben. Leila und ich wünschen dir vom Guten das Beste und vom Schönsten das Schöne. Ich zeige ihn dir. Kannst du ihn nehmen? Ich zeige ihn dir. Kannst du ihn nehmen? Oh, der Glückstein gehört jetzt dir. Das freut mich, dass er dir so gefällt. Ja. Du hast einen wunderschönen Platz für ihn gefunden. Hier passt er perfekt. Hast du auch einen Hund oder ein Tier? Erzähl mir doch deine Geschichte. Das würde uns freuen. Leila mag nämlich Tiergeschichten. Egal ob es von einem Hund ist, von einer Kotze, von Hasen, von Pferden, was auch immer. Leila liebt Tiere und Leila liebt Menschen. Ja. Da wäre ich schon kurz entspannt. Leila, Leila. Ich glaube, Leila geht jetzt zu ihr ins Bett. Leila hat sich jetzt schon in ihr Bettchen gelegt. Die ist schon so ganz müde. Bei ihr hat es jetzt schon komplett funktioniert mit der Entspannung. Magst du mit mir noch eine Tasse Tee trinken? Ich hätte einen vorbereitet. Marokkanische Minze. Magst du probieren? Okay. Er ist nicht mehr heiß. Keine Angst. Und schmeckt dir das freundlich? Ja. Du bist auch schon zu müde. Okay. Du bist auch schon zu müde. Okay. Und jetzt noch ganz entspannende Geräusche für dich. Ja. Du hast recht. Lala und ich komme aus Bayern. Das hört man immer noch ein bisschen. Der Dialekt kommt immer wieder durch. Aber das ist nun mal so. Wir können das gar nicht oder ich kann das gar nicht so unterdrücken. Und das würde dem Ganzen auch die Echtheit nehmen und die Ursprünglichkeit. Ja. Wart ihr schon mal in Bayern? Wenn ja, wo wart ihr denn? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn ihr aufgewacht seid. Oder wenn ihr noch nicht zu müde sein seid. Ja. Ich versuche ihn auch mal. Oh ja. Richtig lecker. Ja. Wunderbar. Mein Lieb. Wir sehen uns bald wieder. Eure Lala. Und eure Andrea. Bis bald. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.